hallo freunde des geilen youtube sports grüß euch und zwar habe ich für euch zwei drei kleine infos und ich fange einfach mal an so gucke ich den scheiß bieber da oben an weil es so schön aussieht wahrscheinlich also ihr habt ja gemerkt dass zurzeit noch anfang der woche mittwochs quatsch dienstags und montags und montags und dienstags so jetzt richtig ja let's play kommt und dann eher so ein bisschen weniger aber es kommt dann halt anfang der woche halten dead by daylight ende der woche kommt bei daylight so dann habe ich meinen video kanal den könnt ihr ruhig mal abchecken ja da gibt es dann auf jeden fall jeden samstag und video ich weiß nicht ob ich zwischendurch noch eins reinhauen kann aber im moment läuft es gerade so am besten und zwischenzeitlich bin ich mit dem name camillo in gritt autosport drin das hat aber auch ein grund weswegen jetzt im moment spielen wird auch nicht aufgenommen vielleicht das wie immer morgen einfach mal stream ich morgen einfach mal ein bisschen so ein sonntag während ich da so ein bisschen am zocken bin am heizen weil wir müssen kohle zusammen kriegen wir müssen autos zusammen kriegen mir sagt ihr jetzt wieso müsst du oder musst du wieso müsst ihr da habe ich nicht verraten darf ich echt nicht verraten deswegen bin ich nächste woche freitag mit dem camillo in köln also sollte richtig klappen so wie ich das erfahren habe und ja das ist wie nennt man das ein geschäftstermin oder so was ja so hat man es mir gesagt keine ahnung was wie und wo und wann nur ja ich bin aufgeregt was das betrifft so ich weiß dass da ja schon mal erzählt aber nicht ganz so hier stimmt dann aber immer davon abgesehen wenn das wirklich stimmt dann hätte ich für euch jetzt jeder der von euch jetzt aus köln kommt jeder der das erzieht oder in der nähe köln der kann mich am samstag treffen also wir haben am samstag haben im briefing da und samstag samstag auch nochmals freitag und samstag war genau samstag da ende ist weiß ich nicht nur wir wollen uns da je nachdem wo wir da sind ein kölner dom noch mal angucken oder so keine ahnung was wie auf jeden fall könnte man uns treffen ja und ja mal gucken vielleicht der ein oder andere ja lust darauf und das mal so im moment stand der dinge mehr gibt es auf jeden fall nicht erzählen darf ich nicht erzählen ich erfahre es auch selber nur von camillo weil der definitiv mehr weiß der neben auch schon eine bessere beziehung zu hier und da aber ja da ist so mehr kann ich jetzt will ich nicht erzählen wo ich das eigentlich ist brennt aber mit der große sache kann man sagen und soll auch über steam übertragen über twitch übertragen werden im späteren zeitraum aber was das betrifft weiß ich erst nächste woche freitag mehr also nur dass ihr bescheid wisst warum im moment so ein bisschen nicht dann angefangen hat ein bisschen runter zu fahren aber trotzdem wenn euch das ein oder andere von euch der jetzt gerade dieses video entdeckt hat und denkt gefällt mir das was er sagt gefällt mir das nicht wieder abonnierst du mich einfach mal guckst und bleibst dran und siehst ja dann was dabei rumkommt und wenn ich ganz dahinter wäre hinter da kannst du hinter sowieso wieder entabonnieren die meisten von euch machen das sowieso auch denkt der virus macht keine kundin die meisten blinsen von euch lasst nicht mal ein gescheites feedback da ich drücke einen daumen nach unten geil im moment ist sowieso die daumen nach unten welle bei youtube ziemlich groß also für alle die nach daumen nach unten drücken kann man kommentaren zu schreiben das ist scheiße das ist scheiße das ist scheiße tu das mal ändern okay denke ich mal drüber nach so das war ein bis nächstes euer wios ciao mit v